Liebe Zuschauer, vor wenigen Tagen wurde Israel von der radikal-islamischen Terrororganisation Hamas angegriffen. Und wieder einmal muss sich Israel verteidigen. Ich bin heute hier in München und ich treffe die Generalkonsulin des Staates Israel und bin schon sehr gespannt auf ihre Einschätzung. Herzlich willkommen zu einer Sondersendung von Faszination Israel. Das Generalkonsulat des Staates Israel für Süddeutschland ist in München beheimatet. Es wurde erst im September 23 neu besetzt und wird geleitet von Talia Lador Frescher. Frau Generalkonsulin, am Samstag an einem Schabbat, den 7. Oktober, fand ein brutaler Terrorangriff auf Israel statt von der radikal-islamistischen Terrororganisation Hamas. Wir wollen uns das noch mal ganz kurz anschauen. Am frühen Morgen des 7. Oktober 2023. Ein Sabbat in Israel. Zudem noch der Feiertag Simcha Torah. Terroristen der Hamas aus dem Gazastreifen stürmen den Grenzübergang. Rund 3000 Terroristen dringen schwer bewaffnet über Land, Luft und See nach Israel ein. Gleichzeitig feuert die Hamas allein an diesem Tag über 2000 Raketen auf Israel ab. In den umliegenden Kibbutzim und Dörfern des Gazastreifens richten die Terroristen in den Stunden, die folgen, ein Blutbad an. Schießen auf alles, was sich bewegt. Ihr Ziel, möglichst viele tote Juden und möglichst viele Geiseln. Das Resultat? Bisher über 1400 tote Israelis und 220 Geiseln in den Händen der Hamas. Verschleppt nach Gaza. Über 200 Personen sind immer noch vermisst. Es ist eine Katastrophe. Ein Pogrom. Das schlimmste Massaker am jüdischen Volk seit dem Holocaust. Inzwischen haben vernommene Hamas-Terroristen ausgesagt, dass ihnen 10.000 Dollar und ein Apartment pro jüdischer Geisel versprochen wurde, die sie gefangen nach Gaza bringen würden. Sie wurden angewiesen, auch Alte, Frauen und Kinder zu verschleppen und bekamen dafür die Erlaubnis religiöser Vorsteher. Während viele Araber in Israel und in arabischen Staaten dieses Verbrechen feiern, solidarisieren sich etliche westliche Staaten mit Israel. Vorerst zumindest. Aber es gibt auch hierzulande eine andere Seite. Anti-israelische Demonstrationen, wo man die brutale Ermordung der Juden feiert und dem Staat Israel die Vernichtung wünscht. Es ist also wieder soweit. Wo waren Sie persönlich, als Sie von dem Angriff auf Israel gehört haben? Ja, also es war Samstagmorgen. Dann habe ich ein Botschafter auf mein Handy von meinem Sohn bekommen und er hat geschrieben, wir sind alle okay. Dann habe ich am Anfang gesagt, okay. Und dann hat er gesagt, Adam, 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 Adam ist rot auf Hebräisch, ja. Dass es überall diese rote Alert gab. Und am Anfang habe ich überhaupt nicht verstanden, was er meinte. Weil es war vorher so ruhig. Falsch, jetzt wissen wir das, ja. Also ich war erstaunt, so wie alle, glaube ich. Und am Anfang habe ich auch nicht verstanden, was diese Massaker ist, ja. Weil zur Rocket-Attacke sind wir ja schon gewöhnt. Und die Rocket-Attacke nach Tel Aviv kamen auch. Also die waren am meisten im Süden, aber sie kamen auch nach Tel Aviv und nach Jerusalem. Und es hat mit mir, glaube ich, es hat vielleicht 24 Stunden, bis ich ein bisschen verstanden habe, was, also diese schreckliche Massaker, dass Hamas genauso wie IS und Al-Qaida ist. Das ist nicht etwas, so wie wir leider in der Vergangenheit gewöhnt haben, so eine Circle of Violence. Nein, das ist etwas ganz anderes, total anderes. Man spricht vom größten Massenmord am jüdischen Volk seit dem Holocaust. Gibt es in Ihrer Familie oder in Ihrem Bekanntenkreis Betroffene? Familie, Gott sei Dank, nicht, aber Bekanntenkreis schon. Es sind so viele Menschen ermordet und leider haben wir auch, man weiß nicht genau, wir reden, wir nehmen diese Nummer 200, 200 Geiseln, die entführt ins Gazastreifen wurden. Also alles, was sie gemacht haben, das ist unglaublich schrecklich. Und natürlich hat es mit internationalem Menschenrecht oder so nichts zu tun. Sehen Sie Vergleiche zu der Judenverfolgung im Dritten Reich? Also das Ziel ist dasselbe Ziel. Sie möchten, dass keine, also im Dritten Reich wollten sie alle Juden vernichten. Und das ist genau dasselbe mit Hamas. Also, aber ich glaube, es ist schon anders und deshalb bin ich eine stolze Israeli. Ja, jetzt gibt es das jüdische Staat. Wir sind schon da. Und das ist schon ein bisschen anders als vorher. Nicht ein bisschen, schon anders als vorher. Also in diesem Sinne nicht. Aber das Ziel ist genau dasselbe. Wir sind jetzt hier in Deutschland, in München, Frau Generalkonsulin. Der Premierminister Israels machte vor wenigen Tagen deutlich, als Bundeskanzler Olaf Scholz bei ihm war, dass dies ein gemeinsamer Kampf sei. Ein Kampf gegen die Barbarei, ein Kampf der Zivilisation gegen die Barbarei. Und ich zitiere ihn. Wenn es uns nicht gelingt, diese Barbarei hier zu stoppen, also in Israel, wird es sehr bald auch nach Deutschland kommen. Vorletzte Nacht gab es schwere Ausschreitungen in Berlin. 64 Beamte wurden von pro-palästinensischen Demonstranten verletzt. Fühlen Sie sich als Jüdin hier in Deutschland sicher? Also erst zu diesen sogenannten pro-palästinensischen Demonstrationen. Zu diesem Zeitpunkt gibt es keine. Also vor zwei Monaten konnten wir diskutieren, ob sie pro-Palästinenser sind, ob sie pro-Terror sind. Dann gab es eine Diskussion. Zu diesem Zeitpunkt glaube ich, es soll keine Diskussion geben. Diese Demonstrationen jetzt sind pro-Terror-Demonstrationen. Ich bin froh, dass einige von den Oberbürgermeistern, zum Beispiel Frankfurt, aber auch München und ich glaube auch Stuttgart, haben schon ein Statement gemacht, dass sie diese Demonstrationen absagen. Leider gestern in München hat er gerichtet, dass diese Entscheidung schon verändert und man muss sehen, wie es weitergeht. Aber diese Demonstrationen helfen niemandem. Die helfen den Palästinensern nicht. Und ja, also sie haben mir gefragt, wie ich fühle. Also ich fühle mich sicher, weil ich habe auch, ich bin nicht allein, aber ich weiß, dass viele Juden in München und in Süddeutschland nicht so sicher sich fühlen. Und zurück zu diesem Statement von Netanyahu. Ja, es sind unsere westlichen Werte vis-à-vis diese Barbarei. Sie sprechen von diesen militanten, jungen Menschen, meistens muslimischen Glaubens, die im Moment ja fast in aller Welt auf die Straßen gehen. Sollte man deutlicher gegen die Unterstützer des Terrors vorgehen? Natürlich. Also all die Unterstützung von diesem Terror, die deutsche Behörde, sollte dagegen kommen, weil es eine, wie gesagt, nicht nur eine Bedrohung auf Israel ist, es ist eine Bedrohung auf die demokratischen Werte Deutschlands. Lassen Sie uns mal nach vorne schauen. Es gab die letzten Tage ja sehr viele gute Gesten und Versprechen. Unser Bundeskanzler und auch unsere Außenministerin haben einen Solidaritätsbesuch in Israel gemacht. Man spricht davon, dass die Sicherheit Israels deutsche Staatsräson ist. Man sagt, Antisemitismus hat auf Deutschlands Straßen keinen Platz. Was erwartet Israel jetzt von Deutschland? Also erstens, alles, was Sie gesagt haben, ist sehr gut. Und wir schätzen es. Wir schätzen diese Besuche, Pistorius, also war auch in Israel letztens. Wir schätzen sehr, Verteidigung der Minister, wir schätzen sehr all diese Besuche in Israel. Und es ist nicht nur das. Also es gab viele Solidaritätskundgebung mit hochrangigen Politiker, die dabei waren, öffene Statements auf Sozialmedien. Die israelische Pfanne sind in vielen Staaten zu sehen. Auch hier im Marienplatz, wenn man geht in München, kann man die israelische Pfanne jetzt am Rathaus sehen. Und wie gesagt, nicht nur da. Ich war auch in Stuttgart. Also in diesem Sinne spüren wir diese Solidarität mit Israel. Aber auch viele Menschen fragen mich, Juden und Nichtjuden auch. Das ist wichtig, das zu betonen. Was können wir noch machen oder weitermachen? Und ich glaube, dass zum Beispiel es gibt jetzt Vereine, die ständig für Israel tätig sind. Und wenn man jetzt sagt, okay, also vielleicht werde ich nicht in allen Veranstaltungen jetzt teilnehmen oder so. Aber ich möchte diese kleinen Zeichen machen und jetzt bei diesem Verein ein Teilnehmer zu sein. Oder ich möchte auf diese Kundgebung zu gehen. Also das alles, also manchmal denken die Leute, aber ich bin nur ein kleiner Bürger oder Bürgerin. Was kann ich machen? Ja, jeder kann ein kleines Zeichen setzen und dann gemeinsam ist es schon ein großes Zeichen. Würden Sie sagen, wenn man 80 Jahre zurückschaut, war ja das deutsche Volk zum großen Teil gleichgültig. Würden Sie sagen, jetzt ist eine neue Chance, um Solidarität mit dem jüdischen Volk zu zeigen? Ja, das würde ich genau so sagen. Lassen Sie uns doch nochmal kurz... Aber wie gesagt, ich möchte nicht in die historische Verantwortung, in diesem Sinne sage ich das nicht. Ich möchte nur sagen, ja, das ist die richtige Zeit von deutschen Bürgern und Bürgerinnen, ihre Solidarität mit Israel auch, wie gesagt, mit kleinen Schritten zu zeigen. Lassen Sie uns doch nochmal in den Gaza-Streifen gehen. Jeder hätte doch in der Charta der Hamas lesen können, dass das Ziel der Hamas ist, Israel zu vernichten, das jüdische Volk auf der ganzen Welt nicht nur an Israel auszurotten. Und waren wir in Europa oder auch in der Bundesrepublik zu blauäugig? Ja, aber ehrlich gesagt, wir auch. Wir waren auch ein bisschen vielleicht zu blauäugig. Wir haben gedacht, ja, also man soll keine Verhandlung mit Hamas haben und so weiter. Und sie sollten sich schon... Also es gab all die Verdienungen, Bedienungen von Hamas. Aber wir waren auch ein bisschen naiv, mehr als ein bisschen. Weil wir haben schon gedacht, dass Hamas hat... Es war ein Konzept in Israel, dass jetzt, dass Hamas in Macht in Gaza ist, dann, wenn man in Macht ist, hat man auch Verantwortung. Und man hat Verantwortung für seine eigene Bevölkerung. Was passiert ist, am 7. Oktober hat bestimmt die Bevölkerung in Gaza nicht... Also ihre Situation, ihr Leben nicht verbessert, sondern ganz im Gegenteil. Also diese Verantwortung, dass wir gedacht haben, dass Hamas jetzt hasst, wir waren auch falsch. Hamas, Sie haben es eben angesprochen, Hamas nimmt offensichtlich keinerlei Rücksicht auf seine Bevölkerung. Die Raketen werden in Krankenhäuser, in Kindergärten, platziert selbst in UN-Gebäuden. Was kann man dagegen machen? Israel ist in einer Zwickmühle. Ja, aber Israel hat schon gesagt, dass wir die internationale Rechtloh halten werden. Aber ich möchte zu dieser Sache mit Ihrem Verständnis auch zurückkommen. Weil für mich, also ich folge natürlich hier die deutschen Medien. Und ich muss auch sagen, die deutschen Medien zu diesem Zeitpunkt sind auch, also sie verstehen. Und sie, also es ist ganz hoch natürlich auf die Agenda. Und es gab mehr als Verständnis, es gab echt Trauer über diese schreckliche Barbarei. Aber in diesem schrecklichen Barbarei gab es auch Berichte, wie genau Babys geschlachtet wurden. Wie genau sie ermordet wurden, getötet wurden. Und dann kam hier und her und es gab so eine unnötige Haarspaltung. Aber warum? Wenn Israel schon gezeigt hat, es hat zwei Stunden gedauert, weil wir mussten alle Fakten checken. Aber wir haben es gemacht. Und nach zwei Stunden haben wir auf diese Raketen auf dem Krankenhaus in Gazastadt gesagt, es kam nicht von uns und wir haben auch die Bilder und wir haben auch eine Telefonat zwischen zwei Hamast-Terroristen abgehört. Und die haben es selbst gesagt, oh, jetzt hat die Krankenhaus getroffen. Und trotzdem, mit all diesem Beweis, mit all der Lüge, weil am Anfang haben sie gesagt, 500 Leute wurden getötet. Jetzt wissen wir, es waren 50 Leute, ja. Mit all das, wieso viele, leider, Medien in Deutschland berichten immer noch, die Hamas sagt so und Israel sagt so. Es ist überhaupt, es gibt keinen Vergleich zwischen Hamas, einem terroristischen Organisationen. Man kann ihnen überhaupt nicht glauben. Und Israel ist ein demokratisches Land, die einzige, also ich muss das immer noch einmal betonen, ja. Das einzige demokratische Land im Nahen Osten. Und jetzt dieser Vergleich, ja, sie sagen so und die anderen sagen anderes, das kann ich nicht verstehen. Was kann man dagegen tun? Was würden Sie den Medien raten? Ja. Genauer hinschauen. Genau, genau, genau. Und dieser Vergleich, ja. Es ist nicht, als ob die Niederlande hat so gesagt und Belgien anders. Da sind sie ja überhaupt nicht. Fakten, Fakten. Am Vorabend dieses brutalen Angriffes für Israel war es übrigens ein heiliger Schabbat. Und Sinkhatora noch dazu. Sinkhatora, ja. Am Vorabend dieses Angriffes sind noch 20.000 Arbeiter, 20.000 Menschen aus dem Gazastreifen mit einer Arbeitserlaubnis nach Israel gekommen, um dort zu arbeiten. Israel hat die ganzen Jahre jeden Tag tonnenweise Hilfsgüter und Waren in den Gazastreifen gebracht. Deutschland, die Europäische Union, die Vereinten Nationen, Amerika, sie haben den Gazastreifen monatlich mit Millionen an Geldern versorgt. Hätte man vielleicht da etwas genauer hinschauen sollen? Ja, im Nachhinein sind wir alle viel klüger. Aber zu diesem Zeitpunkt muss ich sagen, ich war auch dafür. Also wir hatten noch vorher auch im Außenministerium gab es verschiedene Diskussionen. Und ich glaube, wir alle haben gesagt, ja, es ist gut, wenn sie arbeiten gehen, damit mehr Geld kommt. Und sie können Krankenhaus bauen, Bildung und leider viel von diesem Geld ist nicht in die richtige von Zivilbevölkerung gegangen, sondern das wissen wir schon. Ja, sie haben ihre Terrorarmee gebaut. Vor wenigen Tagen hat Deutschland sich entschlossen, noch mal 50 Millionen an Hilfsgelder für die Zivilbevölkerung zu überweisen. Aber nach wie vor geht das Geld ja in die Hände von der Terrororganisation Hamas. Sie sind ja immer noch die regierende Partei. Wie stehen die Chancen, dass dieses Geld auch seinem Zweck zufließt? Das müssen wir wissen. Aber zu diesem Zeitpunkt ist alles, was ich jetzt sage, über die Zukunft von Gazastreifen und Geldlieferung und alles anderes, ist viel zufrieden zu diesem Zeitpunkt, wo wir jetzt gemeinsam hier sitzen und reden. Die Oppositionspolitikerin und Knesset-Abgeordnete Sharon Haskell hat mir gegenüber in einem Interview erwähnt, Und es ist kein territorialer Konflikt, sondern es ist ein Religionskonflikt. Was ist Ihre Meinung dazu? Ich hoffe nicht. Wenn es ein Religionskonflikt ist, dann gibt es für uns weniger Hoffnung. Ich glaube, es ist ein Territorial- und Wertekonflikt. Ich gehe zurück zu diesem Wort, ja, Wertekonflikt. Weil es gibt auch viele Palästinenser, vielleicht nicht die Mehrheit. Ich weiß nicht, wie es in Gaza ist. Es gibt Palästinenser in Gaza, es gibt in Jordanien, es gibt... Also natürlich in West-Jordaland. Ich glaube, dass diese Werte von Demokratie, von Gleichberechtigung, von Redefreiheit und so weiter... Ich glaube, wir reden... Und nicht nur Palästinenser. Überall in der arabischen Welt. Also diese Werte. Wir haben... Ich gehe jetzt ganz auf eine andere Seite, ja, Afghanistan, ja. Jahrelang hat der West dort diese beste Werte geprügt. Aber hoffentlich ist das alles nicht umsonst. Hoffentlich am Ende werden die demokratischen Kräfte gewinnen. Das ist meine Hoffnung. Nun hat ja die Europäische Union, auch Amerika, viele andere Länder, sehr viel Geld auch nach Judea Samaria oder in die sogenannte Westbank gepumpt. Warum wurde da nicht genauer hingeschaut, dass zum Beispiel Universitäten gebaut worden sind oder Zugang zu mehr Bildung geschaffen wurde oder Arbeitsplätze geschaffen wurden? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, dass das... Nicht immer und nicht alle. Aber die meisten und die meiste Zeit haben die europäischen Länder, ja, schon die Projekte geprüft. Manchmal waren sie total falsch. Und wir hatten auch eine große Diskussion, auch hier in Deutschland, wegen verschiedenen Vereinen, die berühmten sechs NGOs, die wir als Terrororganisationen eingestuft haben. Und leider die Europäer nicht. Ich glaube, dass... Jetzt verstehen alle, hoffentlich, dass wenn es einen Verdacht gibt, gibt es keinen Verdacht. Also wenn wir denken, dass diese Organisation, dass sie glauben ist, macht, ich weiß nicht, irgendwas in Landwirtschaft. Und wir sagen, hör mal, diese Organisation macht Terror. Ja? Gebt denen kein Geld. Ich hoffe, dass jetzt wird man unsere Stimme viel besser hören als vorher. Sie erwähnten vorher, dass eine grosse Welle der Solidarität weltweit im Moment zu sehen ist für Israel. Welche Chancen sehen Sie dahinter, dass das auch so bleibt? Okay. Das ist natürlich... Wir wissen nicht militärisch, was sich entwickelt. Bodenoffensive auf der einen Seite, Hezbollah-Rakette aus Lebanon auf der anderen Seite. Also, man muss sehen, welche Bilder auf dem Bildschirm europäischen Ländern gestrahlt sind und wie es geht. Ja, aber ich habe schon... Ich bin schon besorgt, dass diese Solidarität mit Israel ein bisschen gekippt wird. Und deshalb muss ich sagen, ich traue mich auf unsere engsten Freunde. Die Freunde, die immer mit uns waren. In Kriegen, in guten Zeiten und in schlechten Zeiten. Im Moment werden sehr viele schöne Worte gesprochen. Gute Worte auch. Gute Reden von unseren Politikern. Viele sagen, es müssen auch Taten folgen. Was würden Sie denn unseren Zuschauern empfehlen? Was kann jeder machen? Sie haben es vorher schon leicht angesprochen. Ja, also... Ich war in Regensburg vor einigen Tagen. Und dann habe ich ganz so viel auf der Straße ein Fahrrad gesehen. Und auf dem Fahrrad gab es eine kleine israelische Pfanne. Und es war so herzenerwärmend. Und diese kleinen Gäste sind auch wichtig. Und... Ja, und bitte mach sicher, dass Ihre Freunde und Familie die Wahrheit wissen. Das ist auch wichtig. Noch eine ganz andere Frage. Frau Generalkonsulin, Sie sind jetzt seit wenigen Wochen hier in Deutschland. Was machen Sie denn so den ganzen Tag? Also zu dieser Zeit, wir führen Krieg. Echt. Also ich versuche so viele Leute zu erreichen wie möglich. Und wir konzentrieren uns hier bei uns in dem Generalkonsulat. Ich und alle meine Mitarbeiter auf Social Media, auf Public Diplomacy, auf... Ich spreche mit Politikern auch natürlich und so weiter, damit diese Solidarität und Unterstützung Israel weiter geht. Und damit auch die Wahrheit auch immer wieder in die Öffentlichkeit kommt. Liebe Zuschauer, wie Sie eben von der Frau Generalkonsulin gehört haben, ist es ein Aufruf an jeden Einzelnen von uns aufzustehen und ein Signal zu setzen. Selbst kleine Zeichen der Solidarität sind wichtig. Und ich höre aus Israel immer wieder, dass es für sie eine sehr große Ermutigung ist. Jede Aktion, die in Deutschland zeigt, dass wir an der Seite Israels stehen, wird in Israel sehr gut und motivierend aufgenommen. In diesem Sinne möchte ich Sie bitten, schauen Sie doch, wie Sie Israel unterstützen können, vielleicht auch mit Ihren Finanzen. Im Moment ist dort eine große Not. Viele Häuser wurden zerstört, viele Familien auseinandergerissen. Es gibt große Verluste überall. Das ganze Land ist auch in einer großen Depression und es ist gut, wenn Sie Freunde haben, wie wir es eben gehört haben und wenn Sie Hilfe bekommen. Ich lade Sie ein, schauen Sie doch mal auch auf unserer Webseite www.faszinationisrael.de Da bekommen Sie weitere Informationen. Schön, dass Sie heute wieder dabei waren. Untertitelung im Auftrag des ZDF, www.faszinationisrael.de